Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonathan und ich nehme dich heute mit in die wunderbare Welt der Mathematik. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man das Netz eines Kegels zeichnet. Zuerst werde ich dir zeigen, wie das Netz eines Kegels aussieht. Ich zeige dir anschließend, wie du die Größen ausrechnest, die für die Konstruktion nötig sind. Dann gebe ich dir zunächst eine allgemeine Anleitung, wie du das Netz eines Kegels konstruierst. Am Ende werde ich dir an einem Beispiel die Konstruktion eines Kegelnetzes vorführen. Du solltest den Kegel und dessen Oberfläche schon kennen. Außerdem solltest du wissen, was ein Kreissektor ist. Schauen wir uns also erst einmal an, wie das Netz eines Kegels aussieht. Ich habe dir hier einen Kegel mitgebracht. Ich habe ihn so gebastelt, dass ich ihn zu seinem Netz umformen kann. Dies hier ist die kreisförmige Grundfläche des Kegels. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Und dann abonnieren uns meine Sendung auf www.sofatutor.com Und dann gehen wir um den트doo simulär浮Brien. Um dresses, schnell angekommen starten. Um seus析 costums zu schützen. gehen Sie mitトATION und bleiben Ihnen? Re影片 in den Flöten viel pairing mir wieder. Um acre ASP preoccupiertzwali.